Hallo und herzlich willkommen zur heutigen PTC Show. Wir sind wieder mal bei einem bekanntes Gebiet zum GP fangen und haben eben schon einen GP Köder gelegt, der nicht geklappt hat und jetzt versuchen wir es gleich noch mal, weil ich mir ein paar mehr erarbeitet hatte. Und wegen GEMA und KAKTA werden wir dieses Video leider nur editiert hören und wir müssen dazu erst mal den auflösen. Du, du hast, du hast mich, du hast mich, du hast mich verarscht, du hast mich verarscht, du hast mich verarscht und ich hab dich nicht gefangen. So früh, naja gut. Okay, das war mal wieder ein Fehlversuch und Tschüss, bis zum nächsten Mal.